Rock, Ink, Pretty and Pink Rock and Roll, ja das ist mein Ding Heiße Girls und coole Tattoos Alter, mich litt noch im Mitternachtstufis, oh ja Oh ja Rock, Ink, wir machen die Show Wurden noch 4.000 Keller und dann frettet wir los Es ging viel zu sehen, viel zum Leben Wir gönnen uns die geile Scheiße mal eben, oh ja Oh ja Hallo Leute, heute sind wir bei Crushed Out in Rödelheim, Frankfurt in der Raumstation Und jetzt war's Webster So, du bist eigentlich von Gero, das ist von Neukarpo. Ja. Und ich habe gesehen, dass du jetzt 15 Jahre existierst. Die Band ist zusammen mit 15 Jahren, aber ich bin die Band für 10 Jahre. Was machst du länger, tatsächlich? Das Tattooing oder die Musik? Ich bin Tattooing seit ich ein Junge. Ich habe mit Tattoo-Machines, Bildung-Machines, und Leute mit Knäden und so. Ich bin Tattooing viel länger als in der Band. Okay, cool. Aber ich denke, dass es beide echt Spaß ist, und es ist für Jürgen Rock'n'Roll. Ja, definitiv. Wir haben beide Hand in Hand. Hast du viel Spaß auf Tour? Ja, es ist gut. Viel Spaß, viel Bier. Viel Zeit, viel Trouble. Ich kann das vorstellen. Ich bin ein Kuss für ein neues Album. Das ist der neue Album eigentlich. Es ist eben stand Krasch & Burn. Ich habe schon ein paar listenen. Das ist ein ganz neues Album. Das ist dem neue Album. Das ist an dem 1000er aus der Welt. Kannst du nicht zuerst aufbassungsstücken? Kannst du nicht zuerst blockieren? Das Kids in der Brunch hier kannst du nicht breathieren. Mal hinterher zum Platz zu kommen. Okay, danke. Das ist bei No Fair. Ja, das ist mein Bruder, der hat die Band angefangen. Ich lasse ihn hier an, als wir jungen Kinder waren. Er war nur 15 Jahre alt, als er angefangen hat. Ich lasse ihn an, das war die gleichen Zeit, als ich in der Shop bin. Der Shop ist 15 Jahre alt. Und dein Bruder ist jetzt auch Tattooing? Und du singst in der Band? Ja, ich denke. 24-7, konstant. Ja, genau. Ja, okay. Das ist Johnny, by the way. Ich bin in der Band. Ja, ja. All die Chordys zusammen? Das ist Schmol, das ist Schmol. Das ist Schmol. Schmol, das ist eine sehr große Gitarre. Ja, cool. Und sind alle reale Chordys? Ja, ja. Für die Leute, die nicht wissen, was Chordys sind, die Chordys sind von der Newcastle. Das ist eine große Gitarre. Ja, wir leben mit der Kickenhäuser aus der Taine, der River Taine. Ja, ja. Wenn wir die Stadt aus, wenn wir in der Taine leben sind, dann ist die Stadt so gut. Ich bin wirklich der Riefer von der Haube. Ich gewinne. Aber CQ ist auch gut. Cheers! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020